Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute Flaggen erraten. Und zwar nicht mit irgendwem, sondern nur mit mir. Und zwar sollen wir hier einfach Länder erraten. Und das... Was steht denn da drauf? Ich öffne mal die Grafik im neuen Tab. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da steh... Könnt ihr das sehen? Ich weiß es gerade nicht. Ja, okay, ihr könnt es sehen. Okay, prima. Äh, Gempa Pro... Gröns... Äh, Dega, ich habe keine Ahnung. Vielleicht Bosnien oder Herzog... Gowen... 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 Keine Ahnung. Ach, das sind Dingster, Boomster. Keine Ahnung, das ist Griechenland, das weiß ich. Was ist das denn hier? Keine Ahnung, vielleicht die Bahamas? Ne, St. Kitts... Kitts... Kott... St. Kitts... Nevis. Keine Ahnung, was weiß ich. Das sieht arabisch oder... Äh, so aus. Keine Ahnung. Ähm... Entweder Rumänien könnte sein. Aber Vietnam kann auch sein. Aber da da so ein... So ein Säbel oder keine Ahnung, was drauf ist, würde ich eher Vietnam tippen. Okay, scheiße, das war Saudi-Arabien. Ha! Ich bin so scheiße, ey. Das hier... Sieht aus wie eine Landkarte. Also ein Teil von einer Landkarte. Ähm... Das könnte Mogulai sein. Ich weiß nicht, wie die aussieht, aber... Die ist eher rund. Ähm... Auf jeden Fall Zypern ist es auch nicht. Ich tippe jetzt einfach mal das hier an. Okay, war falsch. Mein PC hat gerade gesponnen. Keine Ahnung. Uff... Was? Montenegro, das heißt doch auch schon Lied, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ich hab wirklich keine Ahnung, was das sein kann. Auf jeden Fall, abends ihn mir nicht. Vielleicht Gambier. Oh, scheiße, das war Schöpnern. Okay, das sieht aus wie so ein Tannenbaum, oder? Keine Ahnung was. Äh... Was? So... Ich hab wirklich keine Ahnung. Okay, Mie-Bannon. Ja, ich bin so scheiße in diesen... Araten und so. Da ist so ein Stern und so ein Mond drauf. Das könnte... Ja, okay, ist nicht mit hier drauf. Ich dachte jetzt Türkei oder sowas, aber... Dann wohl doch nicht. Ähm... Ähm... Ja, keine Ahnung. Vielleicht Kroatien. Ne, Papi ist dann okay. Die... Die hab ich aber auch schon mal gesehen. Okay, hier oben kann man's doch nicht sehen. Ich dachte vielleicht, wenn man hier oben die Stadt oder so... Land oder so sehen kann. Ähm... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Bolivien vielleicht. Ne, Palästina? What the fuck? Ähm... Oh, Digga, was ist das denn? Die Insel hab ich ja noch nie... Äh, die Insel... Genau, perfekt, ne? Ne, die Flagge hab ich noch nie gesehen. Wirklich noch nie. Ich würd sagen, wir machen so 20 Flaggen. Und das reicht dann auch, weil... Ja. Genau. Ja, vielleicht Serbien? Ne, Neukaledonien. Oh, die Flagge hab ich aber schon mal gesehen. Das... Ist das... Ist das Italien? Das müsste Italien sein, soweit ich weiß. Ja, genau. Gut, das war gut. Okay, ähm... Das ist aber, glaub ich, Frankreich mit irgendwie sowas drin. Uff. Vielleicht das? Oha! Ja gut, ich bin... Ich hab eher falsch als richtig, aber... Wir haben ja noch sieben, da kann ich ja noch viel richtig machen. Das weiß ich auch nicht, was das ist. Das sieht aber ganz nach Afghanistan aus. Oh, Jamaika. Huch! Ähm, das ist Brasilien, das weiß ich ja. Ähm, das... Was ist das denn? Sieht aus wie Yin und Yang, aber in einer anderen Form. Ähm, Digga. Hongkong vielleicht. Ne, Grönland? Oh, Digga. Ich bin so scheiße. Ähm, was ist das denn? Mauritanien vielleicht? Ne, Karämische Niederlande? Okay, das ist Türkei. Eindeutig. Ja gut, das und das sieht aber auch verdammt ähnlich aus, ne? Leute, das ist... Äh, war das nicht? Ähm, hier Dings hier. Das hab ich schon mal gesehen, das war doch Ungarn, oder? Oh, das war Kanada hoch. Das ist auf jeden Fall Grönland, weil das sieht auf jeden Fall so aus. Gibt's das? Oder irgendwo da oben auf jeden Fall. Oh, ja, Antarktis. Das ist genau, Antarktis war das genau. Oh, was ist das denn für ne Flagge? Huch. Keine Ahnung, vielleicht Paraguay, ich weiß auch nicht. Okay, nee, das... Das hätte ich so gut wie gar nicht erraten können, ne, Leute? Also ihr müsst schon echt sagen, das sind echt viele. Ach, wir haben schon 21. Oh. Okay, wenn ich die nächste Flagge richtig habe, dann beende ich das Video auf jeden Fall. Ähm, schon. Und das hier... Keine Ahnung, vielleicht Falkland. Das war Schiele, aha. Digga, ich bin so scheiße. Ey, die Flaggen hier, die hab ich noch nie gesehen, noch nie. Keine Ahnung, Venezuela vielleicht? Nee, Kongo in Afrika. Digga, was ist das? Sind das drei Beine in einem Kreis, oder? Hä? Inselmann? Oha, war richtig. Okay, Leute, damit würde ich dann das heutige Video auch beenden. Ähm, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat und ihr auf jeden Fall bis heute geschaut habt. Sonst seid ihr auch so schlecht, wie ich in diesen Flaggen erraten. Genau, und... Lasst auf jeden Fall ein Like da und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao. Bis zum nächsten Mal.